Wie kannst du die Körpersprache deines Kunden im Verkaufsgespräch positiv beeinflussen? Ich habe dazu schon ein Video gemacht, das kannst du dir gerne anschauen. Es geht um Pacing und um Spiegeln und das ist eine Anschlussfrage, die gekommen ist über Facebook. Du möchtest wissen, wie du das Ganze beeinflussen kannst? Dann bleib dran! Über Facebook hat mich die Nachricht von Ron erreicht. Ron sagt, was passiert denn, wenn im Verkaufsgespräch der Kunde auf einmal aus der Symmetrie rausgeht? Wenn er sich auf einmal von mir abwendet, wenn er die Arme verschränkt, wenn der Blickkontakt abreißt, wie bekomme ich den Kunden möglichst schnell wieder zurück? Das funktioniert über den Testabschluss. Der Testabschluss ist eine offene Meinungsfrage. Du fragst also, sagen sie, wie interessant ist das für sie? Was halten sie davon? Wie klingt das für sie? Wie sehen sie das? Etwa so in die Richtung. Damit aktivierst du den Kunden. Damit holst du den Kunden aus der Passivität raus. Und normalerweise, wenn der Kunde jetzt nach seiner Meinung gefragt wird, was etwas sehr Positives, Wertschätzendes ist, geht der Kunde auch wieder auf dich zu. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du den Kunden verlierst im Gespräch, sprachlich oder körpersprachlich, dann arbeite mit dem Testabschluss. Dann bring diese offenen Meinungsfragen. Ist ein bisschen Übung. Musst du dich auch darauf einstellen. Funktioniert hervorragend. In dem Sinne, fette Beute. Untertitelung.